Und hier kommt genau diese Forderung nach dem New Deal ins Spiel. Quasi eine Antwort gleichzeitig auf Finanz-, Wirtschafts-, Reproduktions-, Job- und eben Klimakrise zugleich. Also der New Deal sollte ökologische Wende bringen, Jobs schaffen, neue wirtschaftliche Aussichten für Unternehmen, aber auch so etwas wie einen neuen gesellschaftlichen Konsens herstellen, nachdem das neoliberale Projekt abgewirtschaftet hat. Wir wollen daher heute Abend Möglichkeiten, aber auch Widersprüche eines solchen Green New Deal diskutieren, möglichst ohne allzu sehr in den Wahlkampf zu geraten. Eher wollen wir vielleicht Berührungspunkte, aber eben auch Differenzen herausarbeiten, um letztlich den vielfältigen gesellschaftlichen, aber eben auch der ökologischen Krise wirksamer begegnen zu können. Ein paar der möglichen Widersprüche haben wir bereits in unserer Ankündigung, wer es gelesen hat, formuliert. Natürlich mit einer gewissen, nicht ganz neutralen Schlagzeile, entschuldige ich. Kein Problem. Aber damit, genau, ich dachte mir schon, dass du damit umgehen kannst, locker. Unterschiedliche Konzepte eines Green New Deal setzen nämlich sehr häufig, sehr prononciert auf Nutzung von Marktmechanismen, um die Ziele zu erreichen. Ralf spricht in der einen oder anderen Publikation sogar immer mal wieder vom grünen Kapitalismus. Das bedeutet in vielen Fällen, Interpretation von links jetzt, kann auch falsch sein, ein weiteres zur Ware machen von Natur und auch von Umweltschutz. Also werden dadurch eventuell die Möglichkeiten zur Lösung der ökologischen Krise gerade verstellt oder beschränkt. Ein Green New Deal in einem weitgehenden Sinne schließt aber natürlich ein, Umwälzung der gesamten Produktionsstruktur, auch der Praxis und Kultur vom Konsumismus, der Ökonomie, der Autogesellschaft nicht zuletzt, großes Thema jetzt gerade bei uns natürlich, Struktur der Städter aber auch oder unseres gesellschaftlichen Verhältnisses zur Natur insgesamt. Aber er berührt, zumindest in den Ansätzen, die bislang diskutiert werden, nicht die kapitalistische Produktionsweise als solche. In Kürze der Grünen. Ich bin hier zum ersten Mal begegnet Ende der 80er Jahren hier in Berlin, was ich natürlich nicht erinnere, das ist ja klar, ich kleiner Student, weil es schon große Reden geschwungen. Ich begrüße außerdem Elmar nochmal, Professor I. Niedrich, das ist an der FU, habe ich schon gesagt, wegweisende Bücher zum Thema Globalisierung und ökologische Krise, ehemaliges Mitglied der Grünen, ich glaube sogar Gründungsmitglied. Gründung kann man natürlich sagen. Kurz danach ebenfalls, wie auch immer. Bei Attrakt und unzähligen anderen internationalen Zusammenhängen aktiv und auch Mitglied der Partei Die Linke seit ihrer Gründung und wie gesagt auch Mitglied des Rates für radikale Reaktivität. Einsame Arbeit an der Produktion von Positionen zur Intervention in strategische Debatten der Linken. Das war nicht nur die Partei Die Linke, sondern einer breiteren Bewegungslinken auch. Ziel ist ein Doppeltes, in Kapitalismus kritischer Hinsicht Tendenzen, Szenarien kapitalistischer Transformation zu betrachten, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Krise und mögliche Entwicklungen von Kapitalismus zu analysieren, vorwegzunehmen und dann eben strategische Positionen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite natürlich in linke Perspektive Möglichkeiten und Schritte sozialistischer, feministischer, demokratischer Transformation zu entwickeln und zu diskutieren, eben in Anlängung an Rosa Luxemburg im Sinne einer radikalen Realpolitik. Vielen Dank.